Wie wird man als Sprecher eigentlich erfolgreich, gerade wenn man noch am Anfang steht? Ich selber habe vor, wir haben jetzt 2024 sechs, sieben Jahren als Sprecher angefangen, das war so 2017 rum, da war ich noch in der Schule und hatte den Traum, hey, irgendwann würde ich gerne mal, ja, Geld verdienen als Sprecher. Ich würde gerne mal Hörbücher sprechen, Werbungen sprechen, Dokus, irgendwas in die Richtung. Ich habe erst gestern mir alte Aufnahmen von mir angehört. Ich habe damals auf YouTube so ein paar kleine Let's Plays gemacht, die ihr niemals finden werdet, weil ich die alle offline genommen habe. Und der Wunsch war sehr, sehr groß, da wirklich einen Job draus zu machen. Wie habe ich das geschafft? Was muss man da für ein Mindset haben? Das möchte ich dir in diesem Video hier einmal mitgeben. Zuallererst, sei erst mal gesagt, ganz, ganz wichtig ist wirklich das Durchhaltevermögen. Ich weiß, ich sage das öfter und ich weiß, das hört ihr wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal, aber es ist so. Hätte ich nach einem Jahr aufgehört, wo ich es schon wirklich versucht habe, ich hatte aber auch kein Coaching oder keine Sprechausbildung, so wie wir das zum Beispiel anbieten, und hätte ich dann aufgegeben, würdest du dieses Video jetzt nicht sehen. Ich würde nicht darüber reden, dass ich über 100 Hörbücher gemacht habe. Weil nach diesem einen Jahr, was es an Aktivierungsenergie erst mal gebraucht hat, um quasi mal den Stein überhaupt ins Rollen zu kriegen, überhaupt mal halbwegs ins Rollen zu kriegen, da ist schon ein Jahr vergangen. Ich habe mein erstes Hörbuch gemacht oder meine ersten Hörbücher, das hat ein Jahr gedauert. Also ich habe mein Mikrofon gekauft 2016 zu Weihnachten und Ende 2017 habe ich mein erstes Hörbuch dann wirklich gemacht. Oder meinen ersten Auftrag bekommen. 2018 habe ich mein Abi gemacht und habe dann richtig losgelegt, habe mich gegen ein Studium entschieden. Ich war auch beim Tag der offenen Tür, hier in Worms an der Hochschule. Und das ist einfach das Mindset dahinter. Einfach zu sagen, hey, ich ziehe das durch erstens und zweitens, ich habe da richtig Bock drauf. Und ich wünsche mir das auch richtig. Das ist der erste Punkt. Wirklich Durchhaltevermögen zu haben und zu sagen, okay, ich ziehe das durch, scheißegal, wie lange es dauert. Weil es gibt viele, die sind dann so, hey, ich mache jetzt eine Sprechausbildung, dann klappt das bestimmt ganz schnell und ich kaufe mich jetzt ein und dann ist es auf einmal da. Aber so ist es nicht. Ich zum Beispiel kann dir alles beibringen und das beschleunigt den Prozess enorm. Die meisten unserer Teilnehmer machen innerhalb der ersten zwölf Wochen schon die ersten Aufträge oder das erste Hörbuch. Aber trotzdem, um mal wirklich davon leben zu können, musst du halt nicht nur ein Hörbuch machen, sondern halt mal fünf oder zehn oder mehr, die sich dann auch gut verkaufen. Wenn du dann wiederum nur Schrott vertonst, bist du selber schuld. Weil so bringe ich das auch nicht bei. Du musst gute Hörbücher machen. Und ja, indem du einfach besser und besser und besser wirst, eine bessere Qualität hast, eine bessere Sprechtechnik hast mit der Zeit, wirst du auch immer bessere Aufträge bekommen. Ja. Wenn du dann besser wirst, verlass dich nicht darauf, dass Leute auf dich zukommen. Das ist der zweite Punkt. Geh raus und mach aktiv so viel, wie du kannst. Du musst dir hohe Ziele setzen und dich selbst für diese Ziele komplett aufopfern. Du musst wirklich komplett darauf scheißen, wie es dir geht, wie viel Zeit du hast. Das klingt jetzt total radikal. Aber ist es auch. Aber wer außerordentlichen oder außergewöhnlichen Erfolg haben will, muss auch außergewöhnliche Dinge tun. Und dazu gehört halt, bis 1, 2, 3 Uhr nachts dann halt da zu hocken. Habe ich auch gemacht. Ich hatte jetzt natürlich nicht, wie viele, die sich das jetzt anschauen, irgendwie Familie, Kinder oder einen Vollzeitjob. Ja. Aber ich hätte trotzdem sagen können, ey, ich mache jetzt nichts, ich habe keinen Bock oder ich gehe doch studieren. Wäre einfacher gewesen. Also ich sage jetzt nicht, ey, hier, jetzt hab dich nicht so und mach mal was, sondern, soweit wie du es für dich kannst, musst du in den sauren Apfel beißen. Das ist einfach so. Und wenn du nicht bereit bist dafür, dann kannst du es vergessen. Das ist der größte Punkt, warum Sprecher es nicht schaffen. Selbst wenn Leute zu uns in die Ausbildung kommen und bei uns das Training machen, ich kann jedem in den Arsch treten, das tue ich auch. Aber ich kann mich nicht für dich oder für jemand anderen da hinhocken und Autoren anschreiben, Akquise machen und denen sagen, warum ich so geil bin. Und warum die mich jetzt als Sprecher nehmen sollen. Das musst du selber machen. Wenn du jetzt eine Autorenakquise anfängst und du sagst den Leuten, hey, hier, ich würde gerne euer Hörbuch machen. Und du kriegst eine Absage nach der anderen, dann musst du trotzdem standhaft bleiben und weitermachen. Weil alles andere bringt nichts. Bei mir war es genauso. Ich habe nicht ohne Grund in nur zwei Jahren über 100 Hörbücher gemacht. Nicht, weil ich der beste Sprecher bin. Es gibt so viel bessere Sprecher als mich. Ja, ich habe eine tolle Stimme, wird mir immer wieder gesagt. Ich kann ganz gut sprechen. Ich bin trotzdem kein voll krasser Superprofi im, was weiß ich, im Schauspiel. Ich habe das nicht studiert. Ich bin auch kein Logopäde. Ich kann das sehr gut. Aber bin da genauso wie du nicht irgendwie auf die Welt gekommen und habe den Duden auswendig gekonnt. Okay? Das heißt, es muss für dich wirklich einfach ein Ziel sein. Hey, hab eine gute Qualität beim Sprechen. Wenn du einmal die Betonungsregeln lernst, die Pausensetzung und so weiter, dann kriegst du das hin. Hab eine gute Aufnahmequalität. Und sei standhaft. Bleib dran. Und lass dich nicht unterkriegen. Weil es gibt genügend Leute, die sich dann unterkriegen lassen. Und das ist eine tolle Regel beim Mario Kart. Und ich finde, das ist auch eine tolle Regel, wenn du jetzt als Sprecher dann was machst. Wer bremst, verliert. Ganz einfach. Also bloß nicht bremsen. Okay? Immer weitermachen. Damit meine ich nicht hier mit 180 durch die Böschung fahren, sondern einfach weitergehen. Ob du jetzt die Treppe hoch sprintest, ein paar Mal auf die Fresse fliegst, so wie ich es gemacht habe, und dann wieder aufstehst und weiterläufst oder ob du gemächlich eine Stufe nach der anderen gehst, ist erstmal egal. Mach es in deinem Tempo, aber bleib nicht stehen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du das bedenkst, dann wirst du als Sprecher auch erfolgreich sein. Weil Erfolg ist einfach nur, Bedingungen zu erfüllen. Wenn du Bedingungen erfüllst, hast du ein Ergebnis. Ob dieses Ergebnis für dich jetzt Erfolg bedeutet oder nicht, das ist deine Entscheidung. Aber Ergebnisse, zum Beispiel als Sprecher mal 1.000 Euro im Monat zu verdienen, dafür musst du Bedingungen erfüllen. Und wer das bereits geschafft hat, hat diese Bedingungen erfüllt. Diese Bedingungen sind nicht an Menschen gekoppelt, sondern frei zur Verfügung, auch für dich. Wie eine Checkliste, die du abarbeiten kannst. Und ja, nach diesem Video hier liegt es jetzt in deiner Hand, ob du bereit bist und dich auch dazu committest, diese Checkliste zu erfüllen oder auch nicht.